Hallo Leute, heute sucht ein paar Clan-Member für meinen Clan Hells Gaming und zwar, der ist noch ganz frisch und dafür müsst ihr halt hier einmal Hells Gaming bei Call of Duty Dieter eingehen und es wäre nett, wenn ihr mich addet, Hells King. Also ganz einfach, das ist mein zweiter Count, deswegen bin ich auch nicht weit, ich bin Level 5 momentan und ihr persönlich braucht nichts, nichts Besonderes. Ihr müsst so gut wie nix haben, halt außer Call of Duty Dieter und das war's schon und ich hoffe, es melden sich auch ein paar, weil ich halt noch Members suche. Ganz einfach, momentan haben wir noch keinen, deswegen suche ich halt noch ein paar und ich denke mal, hier hat man die größte Chance auf YouTube, ne? Also, tschüss!